So, jetzt ist das durchgebrannt. Ein bisschen viel geworden, überhaupt gar nicht so viel. Da sind ein oder andere Stücke. Aber das Grillzeug liegt drauf. Es kam auch irgendjemand vorbei und hat mit teilgenommen. Hier so ein bisschen zu essen. Melone. Noch ein bisschen. Cranberry. Und da liegt die Melone. Und da liegt die Melone. Und da liegt die Melone.